Hey ho Leute, willkommen zu Mario Gives Up, dem Let's Play von mir. Jetzt ist was neu, denn ich werde jetzt den Mario Sound und mein Mikro gleichzeitig aufzeichnen und ja. Äh ja, ich hab noch schon mal ne Aufnahme gemacht, nur da wollte ich, da hab ich vergessen den In-Game-Ton mit aufzunehmen. Ja gut. Ne, nicht wahr, ne, müsste ich. Gut, ja, ich bin grad hier mitten im Schloss, ich geh nochmal im Schloss zurück hier. Dann mach ich das, äh, als Entschädigung. Wartier. So, hier ist Born an. So, mach ich den ganzen Weg nochmal, ich bin jetzt im, ähm, diesen Fümpel-Schloss. Den Namen weiß ich grad nicht, muss bei sich der letzten Partner gucken. Wow, wow, wow. Wo die In-Game-Beücher-Position war da und so. Bäh. So, äh, Fümpel, ja genau. Jetzt Fümpel oder so hieß das? Glaub, ja. Und ein Ambidue-A-Point und ich will eigentlich die Yosha-Kwinter haben. Komm mal her. Okay. Oh ne, ne, doh. Safe, safe. Foo欠. Das sind diejenigen, die ich hier in Ruhe bin. Und ich... Dich bin ich laut genug. Und ich bin auch laut genug. Und ich bin... Und ich bin leiser oder so als der In-Game-Sound. oder der Endgame-Sound, naja, leiser darf er ja sein, aber nur wenn dann, ein bisschen. So ungefähr gleich laut wäre toll. Wie müsste ich das aber mit? Du sitzt auf meinem Headset. Kabel. Das ist ja wie meine Katze, ey. Ja, gut, ähm. Komm, komm. Muss ich? Nein, ich will nicht. Gut, dann müsste ich jetzt hier den Pappen beenden und dann, wenn ich wiederkomme, auf, äh, einfach weiter aufnehmen. Und das dann später zusammenschneiden. Filmmacher. Im Filmmacher. Okay, ja, ich, ähm, für euch ist es eine Sekunde oder so, für mich ist es dann ein paar Stunden. Ich, äh, schneide das dann einfach im Filmmacher zusammen. Vor der Bostür! Geht's dann weiter! Wenn ich wieder auf, wieder aufnehmen drücke. Bis dahin und tschö tschö. So, Leute, wieder da. Und, weiter geht's um Mario, geht's ab. Irgendwie, ja, es war etwas länger jetzt als ein paar Stunden. Es war jetzt ungefähr, ja, ein Tag. Äh, Aufnahmepause. Weil ich noch nicht... ... wirklich eine ganze Zeit aufgefunden habe, wieder aufzunehmen. Oh Gott. Was ist das hier, irgendwie auch für die nächste Part, weil ich ja die beiden Teile zusammenschneiden muss. Ja, aber, hey, das ist ein Erfolg. Ich spiege jetzt. Statt, die normale und die joystick. Mir gefällt diese Steuerung jetzt schon nicht. Ach, was zum Teufel. Oh, Moment. Oh, ich hasse Danny. Echt, ich bin jetzt im Ernst, ey. Boah. So, holy moly. Mir ist aber auch gefallen, dass ich diese Steuerung hasse und ich deshalb jetzt schon wieder drei Teile zusammenschneiden darf anstatt zwei. Ja! Das macht ja die Datei auch gar nicht größer, um eben mehr Aufwand in Part hochzuladen. Nein, gar nicht. Danke, Leute, die immer mich an Aufnahmen hindern wollen. Jetzt schreibt er mich auch noch ständig an. Ja. Er will doch selber, dass ich ihn zig Milliarden Mal mit like, weil er vollkommen geil ist und er guckt sich nur nicht mal meine Videos an, wenn ich jetzt mal für die drei Sachen zusammenstellen musste. Hey. Ist ja krank. Ja. Cool. Äh. Oh. Ich, äh, weiß ich nicht. Nein. Scheiße. Scheiße. In die Rohre. Äh, dann kann ich hier drauf. Das ist ein Teufel. Oh yeah, Yoshi zum Tötern. Weee. Gut dann. Yoshi brauch ich nicht. Schätze ich mal. Man braucht Yoshi. Genie. Ha, ha, ha. Äh. Easy doing. Ne? Ja, easy doing und ich sterbe. Toll. So gemacht. Mario. Na du. Ich glaube, ich hatte zwei Minuten, auch nur bevor ich gesplittet habe. Und jetzt war im zweiten Splitterung gewollt, weil weil Danny angerufen hat. Ich glaube, ihr seine Ecke zeigen wollte, ne? Hm. Okay, ja, soll jetzt kein Hate sein. Ich habe dich unbeguckt. Das soll eigentlich nur witzig, gemeinsam. Boah. Gut, ich habe jetzt auch schon wieder keinen mehr dazu, umzunehmen. Eigentlich schon wieder. Und was ich auch nebenbei mag, neben Skype-Anrufe in der Aufnahme, wenn Leute einfach mal in mein Zimmer reingehen. Hm, ganz toll. Und was soll ich jetzt noch zu Mario sagen? Ah, ja. Mario ist ein Klempner. Er ist fett, ist ein Klempner und tut meistens nicht das, was ich will. Ja. Widerlich. Und, Cordel, die mag den Heckersteller ja so. Ja. Die liebt er ja. Die will heiraten, ja. Ja, der liebe Heckersteller. Lieber Heckersteller. Ich sag zu dir mal nichts, ne? Eigentlich wollte ich Mario... Bis eben hatte ich noch richtig Spaß, doch, denn wir... Ja, jetzt... Toll, Mario aufnehmen. Mit bestimmt voll spaßig und so. Ja. Was kommt denn raus? Noch ein dritter Teil, den ich zu einem rendern darf. Danke. Leute. Danke schön. Finde ich toll. Finde ich richtig nett. Ach ja, und bald hab ich auch 40... Genau. Diese Zahl von Videos auf dem Kanal. Ist ja richtig toll. Mach ich ein Special-Video oder so. Wayne, ja. Ich sag jetzt Tschüss, weil ich zu genervt bin für weiteres und das dürfte auch eine gute Video-Zeit mit dem anderen Zusammengestellten ergeben. Ja. Bis zum nächsten Mal und tschö tschö.